Hallo und herzlich willkommen zu Spirituell und Erfolgreich, der Podcast führt deinen Herzensweg. Mein Name ist Robby Altwein und ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist. In der heutigen Episode möchte ich mit dir über die Sterne vom 22.2. bis 28.2. sprechen. Und in der neuen Woche wandert die Sonne durch das Zeichen Fische. Neptun steht ja derzeit auch in den Fischen seit 2012 und wird es noch für die nächsten drei, vier, fünf Jahre machen. Und Neptun als Herr über das Zeichen Fische intensiviert diese Fische-Energie noch einmal sehr, sehr stark. Neptun in den Fischen, das ist ein äußerst seltener Aspekt, geschieht nur alle 170 Jahre in etwa. Und wenn Neptun in dem Zeichen Fische steht, ist dieses Bedürfnis nach Spiritualität ganz besonders. Und dieses Bedürfnis nach Spiritualität wird sich in den 20er Jahren noch vertiefen. Vor allen Dingen jetzt, wenn Jupiter und Saturn in den nächsten Monaten und Jahren, Saturn braucht noch zwei Jahre für den Wassermann. Aber selbst schon in dem Wassermann öffnet er uns für das Geistige. Aber wenn Jupiter dann in den Fische noch hineingeht im Laufe des Jahres, beziehungsweise dann endgültig im nächsten Jahr wandert er durch die Fische, dann wird diese Energie der Fische immer stärker. Dieses Bedürfnis nach Spiritualität wird immer stärker. Und gerade jetzt, wo die Fische-Sonne vorhanden ist, ja, Sonne jetzt in den Fischen seit ein paar Tagen, für die nächsten vier Wochen wandert die Sonne durch das Zeichen Fische, dann ist die Energie der Fische sehr intensiv. Es geht jetzt darum, wieder ins Urvertrauen zurückzukehren. Und das ist etwas, was wir uns alle aneignen dürfen, denn die meisten Menschen haben dieses Urvertrauen ins Leben verloren. Wenn Urvertrauen da ist, dann hast du keine Probleme. Dann ist Liebe, ist Freude, ist Fülle, ist Frieden in deinem Leben, in all deinen Lebensbereichen. Du hast einfach das Gefühl, wow, so ein geniales Leben. Alle Aspekte des Lebens sind fantastisch. Du bist einfach im Frieden mit deinem Leben. Das heißt nicht, dass du dich abfindest mit Mangel. Nein, wenn Urvertrauen wirklich da ist, ist Fülle auf allen Ebenen vorhanden. Ja, man kann auch im Frieden sein, im Leben, so nach dem Motto, ja, ich habe mich jetzt damit einfach abgefunden, dass diese Beziehung eine Katastrophe ist. Ich habe mich abgefunden, dass ich nicht meine Berufung lebe. Ich habe abgefunden, dass mein Chef mich dauernd ärgert und ich diesen Job eigentlich gar nicht machen will, aber ich muss ja irgendwie überleben. Das ist kein Frieden. Das ist kein Frieden. Im Frieden mit dem Leben zu sein heißt, auch in der Freude mit dem Leben zu sein. Echter Frieden hat auch immer eine Freude in sich drin. Und das Tolle ist, das Tolle ist, das kann jetzt in deinem Leben wieder kommen. Denn wenn die Fischeenergie aktiviert ist, dann will dein Leben in Ordnung kommen, in die Ordnung kommen. Wie das geht, das werden wir hier in diesem Podcast heute klären. Denn die Sonne und Uranus bilden jetzt in der letzten Februarwoche einen Sextilaspekt. Es wirken die Energien der Befreiung. Sonne in den Fischen, Neptun und Uranus, der im Sextil zu dieser Sonne in den Fischen steht. Die uranisch-neptunische Energie ist aktiviert. Das ist die Energie der Quantensprünge, wo das Göttliche ins Irdische hineinkommen kann. Wir haben nächsten Samstag Vollmond, da wird diese Energie nochmal ganz besonders aufgeladen und aktiviert. Es geht jetzt darum, dass deine Schöpferkraft erwacht, dass du erkennst, dass du der Schöpfer bist. Öffne dich für deine Träume. Ich bin ja Fischgeborener und als Fisch hört man oft, ja Fische sind Träumer. Ja, hat man ja oft gehört, träume nicht Junge, mach mal. Auch wenn du vielleicht nicht Fisch bist, hast du es öfters gehört, träume nicht. Ja, weil die neptunische Energie nicht nur über die Sonne in dein Horoskop reinkommen kann. Ich bin mir sicher, dass viele, die hier zuhören, eine starke Verbindung haben zu dieses Zeichen Fische. Und ja, oft haben wir eben gehört, träume nicht. Mach was aus deinem Leben, nimm es ernst, schau, dass du irgendwie Sicherheit findest, Job nachgehst, Familie, Geld verdienen. Entscheide dich für den sicheren Weg. Deine Träume kannst du später immer noch machen oder als Hobby oder wie auch immer. Nimm deine Träume nicht so ernst, sondern schau, dass du lieber alles gemanagt bekommst. Wie ich habe mich vor vielen Jahren für einen anderen Weg entschieden. Und ich möchte dir eine kurze Geschichte erzählen, als ich vor ein paar Jahren ein Buch las von Joseph Murphy. Ich liebe die Bücher von Joseph Murphy. Und in einem seiner Bücher hat er geschrieben, ja, dass er sich eben morgens schon einschließt und dann schreibt, 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 an seinen Bücher schreibt. Er hat ja so viele Bücher geschrieben. Joseph Murphy hat ein äußerst schöpferisches Leben geführt. Er ist einer der Väter des positiven Denkens, auch wenn er es jetzt nicht erfunden hat, sage ich mal. Aber er hat sehr, sehr viel darüber geschrieben und ihm ist es zu verdanken, dass dieses Phänomen oder dieses positive Denken an sich eben wirklich jetzt in der Gesellschaft angekommen ist, weil er einer der Autoren war, die ständig darüber geschrieben haben und gesprochen haben. Er hat sein ganzes Leben, diesen positiven Denken, der Arbeit mit Affirmationen und Gebeten etc. gewidmet. Die Macht des Unterbewusstseins eines seiner erfolgreichsten Bücher ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und in einem seiner Bücher hat er geschrieben, dass er sich eben morgens einschließt und die ganze Zeit schreibt. Und nachmittags geht er dann ins Radio und gibt da eine Sendung. Er ist jeden Tag on Air quasi. Und ich dachte, wow, was für ein geniales, schöpferisches Leben. Wow, das fühlt sich so gut an. Mensch, das ist wirklich klasse, dachte ich mir. Und jetzt, ein paar Jahre später, habe ich im Grunde ein ähnliches Leben. Ich beginne gerade an meinem ersten Buch zu schreiben. Ja, es wird über die Lebensgesetze gehen. Ich schreibe über mein erstes Buch. Täglich setze ich mich ran und freue mich. Es ist einfach fantastisch, schöpferisch zu sein. Radio mache ich ja schon ein bisschen länger, zumindest jetzt Podcast besser gesagt. Ja, Podcast mache ich schon ein bisschen länger, wie zum Beispiel diesen wöchentlichen Podcast hier. Aber ich bin jetzt auch live. Momentan habe ich mich, also ich habe mich jetzt entschieden, einfach live zu gehen. Und wie macht man das heutzutage? Radio, ja. Ich gehe jetzt nicht zu irgendwelchen Radiosendern, sondern ich nutze die Möglichkeit. Es gibt eine Sprach-App, ja, Clubhouse. Und dort kann man on Air gehen. Dort bin ich jetzt jeden Tag on Air morgens 9.30 Uhr. Momentan leider nur für iPhone, aber bald wird es auch für die Android-Handybesitzer aufgeschlossen werden, denke ich. Die arbeiten schon an einer Lösung, aber ich kann dir nur empfehlen. Ja, sonst hol dir ein iPhone, weil du verpasst was, wenn du nicht Clubhouse kennst oder das nutzt, weil es ist einfach eine geniale Möglichkeit, weil da wirklich sehr, sehr gute, viele Speaker und Coaches dort sprechen und du kostenlose Masterclasses erlebst, wo man sonst immer sehr viel Geld dafür ausgibt. Dort kann man viele Redner eben einfach hören. Gerade jetzt, wo wir diese herausfordernden Zeiten haben und keiner mehr auf Bühnen sprechen kann. Da ist eben so eine App wie Clubhouse wirklich genial. Ich bin dort jeden Morgen 9.30 Uhr und spreche über Themen wie hier. Ja, ich spreche einfach über die Macht des Geistes und über die Chancen, über die Möglichkeiten und gehe da noch viel mehr in die Tiefe. Die Leute, die mir zuhören, die sind so begeistert. Übrigens, ich habe ja die Tage einen Live-Mitschnitt. Einen habe ich mal eine Videoform verpackt und kannst dir sonst auch gern anhören, findest du hier auf meinem YouTube-Channel. Das Video heißt Magic Mindset für ein magisches Leben, so wie die Sendung auf Clubhouse heißt. Jeden Morgen bin ich derzeit on Air. Und ja, ich möchte einfach dich ermutigen, nutz die Chancen, nutz die Gelegenheiten. Jetzt, wenn die Energie in den Fischen aktiviert wird, können ruckzuck Lebensträume wahr werden. Denn man kann sagen, wenn die Sonne durch das Zeichen Fische geht, öffnen wir uns für den göttlichen Lebensplan. Oder man kann auch sagen, wird der göttliche Lebensplan nochmal sehr, sehr stark aktiviert. Wobei ich muss sagen, die Worte, die ich hier nutze, die können es immer nur versuchen zu beschreiben, wie es ist. Wenn die Sonne durch das Zeichen Fische geht, sind wir einfach noch viel empfänglicher für den Lebensplan. Vor allen Dingen, wenn wir einfach auch uns Zeit nehmen und einfach in Meditation in die Stille gehen, spazieren gehen, zur Ruhe kommen, nach innen kehren. Dann kann dir jetzt ein Licht aufgehen. Und ich kann dir nur eins sagen, gib dich dem Leben hin. Denn dein Lebensplan will sich in jedem Augenblick verwirklichen. Du brauchst jetzt nicht fragen, wie erkenne ich meinen Lebensplan. Der offenbart sich dir im Grunde in jedem Augenblick. Nimmst du die Chancen und Möglichkeiten wahr, die das Leben dir bietet? Oder sagst du, nee, ich muss jetzt erst mal das und das machen, ich kann jetzt nicht. Oder ich habe jetzt keine Zeit. Oder ich traue mich nicht. Soll das denn wirklich jetzt alles so einfach gehen? Also ich erlebe immer wieder wie Menschen Chancen verstreichen lassen. Aber ich sage dir, Chancen kommen nicht ständig wieder. Es gibt Zeiten, wo die Chancen sehr stark sind und zahlreich. Und da solltest du auch zugreifen. Dann solltest du mutig sein. Und so eine Zeit ist eben jetzt gerade, wo die Türen geöffnet werden. Und deswegen bin ich besonders aktiv. Deswegen bin ich auf Telegram aktiv. Abonniere einfach meinen Telegram-Channel, weil ich dort jeden Morgen dich an die Chancen erinnere. Jeden Morgen spreche ich über die geistigen Gesetze. Auf Clubhouse mache ich es dann nochmal viel ausführlicher und viel tiefer. Ja, aber eben auf Telegram setze ich auch in den Cosmic Energies jeden Morgen Impulse drei bis fünf Minuten, wo ich dich daran erinnere, an die Chancen, die es gibt. Das Wichtigste, was du brauchst, ist Mut. Mut. Ja, wenn wir jetzt unseren Lebensplan erkennen und erfüllen wollen, dann gib dich dem Leben hin. Denn sobald du das willst, sagst, ja, ich möchte meinen Lebensplan erfüllen, wird das Universum dir noch mehr Impulse schicken. Es schickt dir schon vorher Impulse. Aber wenn du diese Bereitschaft hast, ja, ich möchte meinen Lebensplan erkennen und erfüllen, dann kommen die Impulse. Die kommen. Chancen, Möglichkeiten. Alles, was du brauchst, ist Mut. 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 Es geht im Grunde nur um Mut. Mut heißt nicht die Abwesenheit von Angst und Zweifel. Auch ich habe immer Zweifel. Soll ich das jetzt machen? Soll ich jetzt Telegram nutzen? Soll ich diesen Podcast machen? Ja, und manchmal hat es sogar zu einer Verzögerung geführt. Bis ich es erkannt habe, von Ängsten, von der dunklen Energie, lasse ich nicht mein Leben bestimmen. Ich tue, was ich will. Mut ist eine Entscheidung, trotz der Ängste und Zweifel zu handeln. Deswegen bin ich auf Clubhouse gegangen und mache das jetzt jeden Tag live. Ja? Ich dachte anfangs, hört mich denn jemand, weil momentan noch nicht so viel auf Clubhouse sind. Aber ich mache es jetzt einfach. Und da hat sich so viel getan in diesen wenigen Tagen bei mir. So viel getan. Eins kann ich dir sagen. Wer sich nicht für die Verbesserung des Lebens entscheidet, wird immer wieder mit Veränderung konfrontiert werden müssen. Und die können manchmal unangenehm sein. Wer nicht selber in die Kraft geht und sagt, ich forme mein Leben und ich handle und ich leite Veränderungen ein, die jetzt dazu führen, dass mein Leben immer besser wird, dass mein Leben, ja, meine Träume eben manifestiert. Denn es ist ein Gesetz, dass wir immer wieder Veränderungen erleben. Das ist das Gesetz des Wandels. Das Gesetz des Wandels wirkt so lang, bis wir im Grunde unseren Lebensplan verwirklicht haben. Denn wir sind hier, um unseren Lebensplan zu verwirklichen. Du gehst nicht in die Inkarnation einfach rein und sagst, ja, schau mal mal, was kommt. Nein, du hast einen konkreten Plan und du überlegst dann vor deiner Inkarnation, Mensch, es ist jetzt schon das sechste Mal, dass ich das unbedingt machen wollte. Was kann ich diesmal tun, damit ich das auch wirklich verwirkliche? Okay, ich baue mir das, das und das ein. Ich baue mir das ein und das ein. Und wenn diese Dinge passieren, dann muss ich doch irgendwie das mal verwirklichen. Also, ich sage mal so, scheinbare Hindernisse, Steine, die dann kommen, die wollen dich nicht ärgern. Sie dienen eigentlich noch mehr dem Aufwachen. Aber manche wachen nicht mal auf, wenn wirklich der Wecker extrem laut läutet, sage ich mal. Sie beschweren sich einfach über die Geräusche und drehen sich rum und schlafen weiter, sage ich mal so nach dem Motto. Ich hoffe, dass dieses Bild ein wenig beschreibt, ja, oder das ausdrücken kann, was ich meine. Wir dürfen verstehen, das Leben ist ein Geschenk. Wir haben hier die Gelegenheit, die wunderbare Gelegenheit, das beste Leben zu manifestieren. Du bist hier, weil du einen Plan hast. Du willst dein Bewusstsein entfalten. Du willst das Beste entfalten. Deswegen gehen wir auf die Erde, um die wahre Größe zu erkennen und zu leben. Es geht nicht darum, einfach nur so zu leben und sich dem zu fügen, was da eben ist. Kann ja jetzt nicht ändern. Das ist das, was manche Menschen denken und sie leben ein Leben, wo sie sagen, Mensch, ich habe einfach so viele Träume, aber mein Leben sieht total anders aus und es ist so viele Probleme und Schwierigkeiten. Mensch, andere Menschen haben Glück. Nein, sie haben kein Glück. Sie haben einfach nur Mut. Mut, immer wieder zu handeln, aktiv zu werden, die Träume in die Manifestation zu bringen. Sei kreativ. Entdecke deine Kreativität. Lebe sie. Und damit meine ich jetzt nicht nur diese künstlerische Kreativität. Malen, singen, schreiben, was auch immer es da an wundervolle Künste gibt. Wenn ich von Kreativität rede, dann meine ich alle schöpferische Gaben und Talente, die wir in uns tragen. Das kann eine soziale Kreativität sein, eine praktische Kreativität. Mein Bruder zum Beispiel ist Maurer und wenn ich sehe, wie der da arbeitet. Wow, das hat was von einem Künstler. Der hat so eine Kreativität da, so ein Einfallsreichtum, wie der sich da ausdrückt. Für mich sind das kleine Kunstwerke, die Sachen, die er macht. Er würde wahrscheinlich da anders darüber reden, aber das meine ich eben mit praktischer Kreativität. Die Kreativität kann sich auch im Handwerk zum Beispiel ausdrücken. So viele Fähigkeiten und Begabungen haben wir in uns, die wir vielleicht gar nicht als Kreativität erkennen. Aber je mehr du dich für deine Kreativität öffnest und diese lebst, desto mehr Erfüllung wirst du erfahren. Und wir dürfen uns auch öffnen für immer neue Formen der Kreativität. Du bist eine Kreatur, ein schöpferisches Wesen. Kreatur, kreativ sein, das ist die Essenz unseres Seins. Wenn dein Leben Mangel hat, dann entscheide dich jetzt für die Verbesserung. Find dich nicht ab, dass dein Leben mangelhaft ist, dass es da Probleme gibt, mit denen muss ich mich jetzt irgendwie arrangieren. Nein, entscheide dich dafür, in 5-Day-Bewusstsein hinüber zu wechseln. Das ist ein Bewusstsein, dass alles, alles möglich ist. Alles kann ich verändern. Ich muss mich halt nur ein bisschen damit beschäftigen, wie ich die Dinge verändern kann. Aber es gibt immer Wege und Mittel. Und je mehr du die geistigen Gesetze verstehst, wirst du deine schöpferische Kraft immer bewusster nutzen können. Und das ist mein Anliegen. Deswegen mache ich die Podcasts. Deswegen bin ich auf Telegram aktiv. Deswegen bin ich auf Instagram aktiv. Jeden Tag bekommst du von mir auf Instagram Gedankenimpulse über die geistigen Gesetze. Unbedingt mir auf Instagram auch folgen, wenn du es noch nicht tust, weil du dort jeden Tag in Schriftform da kurze Gedankenimpulse bekommst. Auf Telegram gebe ich dir mündliche Impulse. Und auf Clubhouse gibt es derzeit eben eine Radiosendung, wo ich kostenlos coache. Ja, und nutze diese Möglichkeiten. Ja, das ist so wichtig. Wir gehen jetzt in die 5-Day-Ebene hinein. Das bedeutet das Ende des Mangels. Das Ende des Kleinmachens. Das Ende des Abfindens. Das hört jetzt auf, mit den Dingen sich einfach abzufinden. Nein, du kannst das verändern. Und du wirst vom Leben aufgefordert, endlich in die Größe zu gehen. Du bist kein Mensch. Du bist ein göttliches Wesen. Ein 3D-Bewusstsein. Da macht der Mensch sich klein. Er reduziert sich auf seinen Körper, Verstand, auf das Sichtbare. Und er übersieht das Unsichtbare, das Geistige. Er ist blind für den göttlichen Geist, der er eigentlich ist. Im 3D-Bewusstsein sehe ich nur den sinnlichen Raum, meinen Körper, die sinnlich wahrnehmbare Realität. Und ich reduziere mich auf das Sichtbare. Aber das Auge kann nur 3% der Wirklichkeit erfassen. 97% ist für das Auge nicht erfassbar. Es schneidet es einfach ab. Ja, und so vergessen wir. Wir leben auf der Ebene des Vergessens. Wir leben auf der Ebene, wo wir unserer wahren schöpferischen Kraft unbewusst sind. Wir übersehen das Unsichtbare, das Geistige. Wir sehen sie nicht mehr, als wären sie nicht vorhanden. Nur weil wir es nicht sehen, trotzdem ist es vorhanden. Aber der 3D-Mensch sagt, damit ich daran glaube, muss ich sehen. Aber das geistige Gesetz ist genau andersrum. Du siehst, was du glaubst. Und so ist der Mensch in 3D gefangen. Er sieht immer nur das, was er glaubt. Wenn er seinen Glauben ändern würde, würde er andere Dinge auch sehen. Ich habe dir hier ein ganz wichtiges Gesetz verraten. Und durch das wir es nicht sehen, durch das wir es nicht sehen können, fühlen wir uns oft machtlos. Bis wir erkennen, dass die Macht in uns ist. Wir sind göttlich. Und genau darum geht es jetzt. Sonne, Neptun in den fischen. Das Erwachen des göttlichen Selbst. Das Erwachen des göttlichen Bewusstseins. Das Bewusstwerden, dass wir göttlich sind. Und sich dem göttlichen Plan jetzt hinzugeben. Darum geht es. Gib dich ganz dem Plan hin. Öffne dich dafür. Du fragst dich jetzt, ja, wie kann ich mich denn öffnen? Ich sage dir, der göttliche Plan, der manifestiert sich. Im Grunde wie von allein. Nur wenn du eben deinen Ängsten und Zweifeln folgst und deine Kraft zurückhältst, behinderst du die Manifestation dessen. Deswegen sage ich dir, geh in die Stille, meditier, entspann dich, bete und folge deinen Inspirationen. Setz deine Intuition um. Und das unterlassen eben viele. Doch der Plan kann sich immer nur durch dich verwirklichen. Das geht durch dich. Indem du deinen Intuitionen, deinen Inspirationen folgst. Deswegen so wichtig, statt warten, werde aktiv. Handle aus deinen Inspirationen, aus deiner Intuition heraus. So offenbart sich dir die göttliche Führung. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wie erkenne ich die göttliche Führung? Im Grunde durch Impulse von innen und von außen. Inspiration, Intuition, Ideen, Träume, Wünsche im Inneren. So offenbart sich die göttliche Führung. Aber auch Zeichen, Chancen, Möglichkeiten, Gelegenheiten, Hinweise, Zufälle, Synchronicitäten, Anregungen im Außen. Innen wie außen. Alles ist eins. Nutz einfach die vielen Impulse, die von innen und außen kommen. Wagt etwas, sei mutig, spring, mach, kreiere. Und du wirst in wenigen Stunden, in wenigen Tagen, in wenigen Wochen, in kurzer Zeit ein neues Leben leben. Denn darum geht es jetzt um die Erneuerung deines Lebens. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch. Schreib mir einen Kommentar. Ich freue mich immer von dir zu lesen. Wenn du noch mehr Inputs haben möchtest, schau unbedingt auf Telegram. Dort bin ich täglich aktiv mit kurzen Sprachnachrichten, genau wie diese. Oder folge mir auf Instagram. Dort gibt es von mir auch immer wieder Inputs. Du kannst dich auch auf robbiealtwein.com eintragen und dir eine Meditation herunterladen zur Verbindung mit deinem wahren Selbst. Wenn du das mal zwei, drei Wochen mit dieser Meditation arbeitest, wirst du spüren, dass du in eine andere Energie hineinkommst. Vor allen Dingen, wenn du auch immer wieder Telegram oder Instagram Inputs von mir nutzt. Und wenn du die Möglichkeit natürlich hast, Clubhouse, schau dort vorbei, weil dort wird es richtig, richtig genial. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich danke dir für dein Vertrauen. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag und eins noch wie immer. Folge deinem Herzen. Mach's gut. Alles Liebe. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.